Strand gefunden. Die Strände sind hier immer menschenleer. Das ist mega nice. Okay, da sind zwei Menschen leer. Gut. Ich nehme alles zurück. Hauptes Gegenteil. Jetzt kommt auch langsam wieder die Flut. Da klettert der Jonas. Da ist es immer. So, und wir klettern jetzt auch mal zusammen. Ich bin natürlich nicht so schnell. Hier geht's hoch. Oh, das ist schön. So schön, ne? Sagte der Bremer in Kanada. Ja. Ja, der Bremer. Ja, der Bremer. Ich bin nicht leer hier, echt. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ja, wir spielen hier. Vielen Dank.